Musik Grüß euch! Da drüben ist noch Platz. Dass du das noch schaffen würdest, ich hab's nie mehr glaubt. Einfach toll, ein glatter Schreckschuss. Bitte? Sie erzählt mir doch kürzlich, dass Sie nach Italien fahren wollten. Ich fahr morgen dahin. Und Sie meinen, weil Rotas Platz frei geworden ist? Ja, und auch Sie frei geworden sind? Tritt sich das wirklich gut? Nur, nur dürfen Sie mich wirklich hörten wollen. Dagegen bin ich allergisch. Keine Bange. Ha! Hoffentlich hab ich meiner Traube da mitten ins Graub geschaffelt. Wissen Sie, Bürgermeister, die alten Deppen bleiben Ihnen bestimmt. Die haben wir auch gar nicht gewollt. Nur die Jungen, die sind Sie los. Aber die haben sich, Herr Eva, eh nicht wohl gefühlt. So, das beruhigt mich. Hei, 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 hei. So, das beruhigt mich. 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 So, das beruhigt mich.